ja und damit ein ganz großes hallo und herzlich willkommen meine lieben zockerfreunde zu einer weiteren folge palwelt und wir haben oder sind dabei die gegend zu erkunden über unseren zweiten spot mehr oder weniger aufbauen und dann sind wir hier bei dieser kirche gelandet hier ist eine truhe wo wir wieder ein bisschen brot und münzen kriegen und hier ist wieder so eine star tour eigene fertigkeiten verbessern also das sind dann wieder diese diese star tour die wir ja auch zu hause haben ich glaube sonst ist hier nichts weiter ich weiß nicht ob wir da hochklettern aber da hochkommen ja aber hier ist nichts hier waren schweinchen die werden wir uns jetzt organisieren und taufen gestein und hier noch ein paar pilze über die unum mit ich habe es immer noch nicht geschafft die tasten belegung zu ändern für unseren paul wo sind jetzt die schweinchen sind gut die scheinen jetzt erstmal weg zu sein schade da da oben gehen wir mal hin los komm her top sie vielleicht sehen wir sie auch von oben da vorne sind welche da gehen wir hin ich dann mal mal glück obwohl da wir vier beide level vier ich ruf mal mein volk zurück mal sehen oder wenn ich die versuche so zu fangen ich habe übrigens auch gelesen wenn man die von unten fängt ist das besser ja habe ich zurückgeschlagen ich okay es hat sich selbst jetzt aber selbst verletzt und gefangen so dann holen wir unser taub sie raus wieder dann fliegen wir wieder zu diesen grünen dingens boomens oh dann wieder ruckis zum glück nur plus level eins okay so geht's auch danke dir hat das sieht schon echt genial aus da hinten wieder der der baum da ist wieder ein eichen bin ja auch gespannt was es dann später noch so schönes gibt da drüben war noch eins aber wir haben auch genug wir müssen auf unser gewicht achten hier ist noch kein passender ort für uns bauen punkt so sammeln war noch das grüß grüne ein oha das schwebt ja hier richtig oder ist nur auf diesem sockel da gebaut ich hätte ja fast gesagt bei der bei der kirche bauen wir unseren spot das wäre halt richtig cool dort 23 das könnten wir dann auch gleich machen dann würde ich sagen baue ich dort oben die base und dann gucken wir mal das war da hier ist wieder eine ah da ist noch so ein wolfie medizin mal gucken wir mal 5 also meinen poll mal zugucken ja ups bin ich aus Versehen geflogen so level 21 und wieder zwei leder gut dann gehen wir mal wieder zurück zu der kirche weil dort gab es einige hier gibt es auch einiges an erzen wo war denn jetzt die kirche ah ja da vorne ist die kirche genau gehen wir dort hin und dann gehen wir dort drüben auch noch mal hin weil hier sind wirklich sehr viele erze so mal gucken was wir überhaupt brauchen für unser pollbox ah steine okay problem ist bloß ach doch ich habe ja die spitzhacke genau müssen wir bloß gucken wo hier steine sind ich glaube da vorne liegen welche wieder status punkte gehen wir auf angriff genau mal bloß mal bloß mal bloß mal bloß mal bloß verstehe ich nicht so ganz aber gut dann würde ich sagen gehen wir mal zu dem blauen dort hin also zu dem kreis dort also zu dem kreis dort ach es ist ein dungeon ah ok fähre des eisvogels mal gucken mal gucken ah da sind wir gleich hier krass ok feuer frei der sieht ja cool aus mal sehen ob wir den fangen können da habe ich bloß die höherwertigen Sphären nicht so der NS auch oh was habt ihr das gesehen einfach so mal drei viertel meines Lebens zerscheppert das gibt es nicht da gehen wir nochmal hin Leute so Versuch Nummer zwei aber der ah doch aber den versuchen wir zu fangen Leute selbst die sind schon stark macht dann unser Paul wir müssen uns angreifen oha mal sehen ich kann meinen Paul zurück riefen ok naja gut haben wir es besiegt schade ich glaube hier sind jetzt keine Kisten ja da sind wir bei den Eingang wieder raus aber haben zumindest antike Bauteile das ist ja auch schon mal viel wert äh gut dann würde ich sagen gehen wir erstmal wieder zurück und dann würde ich sagen versuchen wir mal das große Mammut äh uns zu äh grabben obwohl das schon Level 38 ist das wächst irgendwie mit uns mit aber wir probieren es trotzdem mal ich packe aber erstmal äh alles weg so ich habe jetzt mein Inventar mal ein bisschen geleert eigentlich gehen wir erstmal dort hin und holen unser nächstes Paul ab und setzen ey der Bombard den wir schon gefangen haben aber gut was soll's ähm leider habe ich nicht genug Platz mehr ich muss mal gucken genau hier ist noch Stein und Holz das wollen wir mal ein bisschen aufräumen hier so zack 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 hier sind zwei Steine und das Essen packe ich mal hier mit rein na gut die schaffen das schon ah nee wartet mal wir versuchen das mal zu fangen nice weil das haben wir nämlich auch noch nicht ha Leute das wusste ich nämlich auch nicht äh immer noch mal ein schwächeres mit eins ich hab jetzt kann jetzt mit drei äh die dream oder wie auch immer das heißt jetzt angreifen dann würde ich sagen gehen wir mal auf zum Mammut ach nee quatsch ich gucke mal wegen der Megasphäre oder die nächsttödliche äh mögliche Sphäre das war davon welche bauen dann nehmen wir mal zehn Stück mit dauert jetzt bloß wieder einen kleinen Augenblick sehen wir uns gleich wieder Leute so sind jetzt äh doch nicht ganz äh zehn geworden was äh die giga oder Megasphäre angeht aber wir haben noch einen day die dream aus unseren äh aus unserer bootbox bekommen also das heißt ich reise jetzt mit vier äh hier an und dann noch einem anderen Paul so jetzt muss man bloß das Riesenteil finden da ist er da bin ich jetzt gespannt Leute ob das was wird Level 38 oha nur vier HP oha die greifen nicht an jetzt ne ich glaube das schaffen wir nicht ja wir sind da in einen Schuss ich wusste es gut Leute das war ein Versuch wert und dann würde ich sagen das war es dann auch für heute ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja würde ich mich über ein Like und Nabu freuen ansonsten sehen wir uns dann und mit der nächsten Folge wieder also Leute bis dahin und ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020